Hey Leute, mein Name ist Bergthussi. Ich hoffe euch geht es allen gut. Ich starte eine neue Videoreihe, die nennt sich Was, wie, wo? Lohnt sich das? Das Ganze wird wie folgt ablaufen. Ich werde an unterschiedlichen Punkten eine Stunde fahren. Instanzen, Erze, alles mögliche, was man sich irgendwie vorstellen kann und werde es auf Herz und Nieren testen. Und ob sich das lohnt, ob man damit in Anführungsstrichen Gold machen kann. Das Gold ist mir in dieser Farm-Area, sag ich mal, relativ. Mir geht es dann wieder um Mock-Sachen. Was finde ich da für Style-Mock-Sachen? Lohnt sich das für mich da hinzugehen, um das zu farmen, vielleicht eine Stunde, um vielleicht das eine oder andere Item zu kriegen? Lohnt sich das für mich da hinzugehen, um vielleicht auch die Sachen zu verkaufen? Oder lohnt sich das allgemein? Für diese Videoreihe nominiere ich Shirox, mich dabei zu unterstützen. Er kann gerne mitmachen, also wie gesagt, du kannst gerne mitmachen. Stundenfarm für Transmog, für Farmrouten, für alles mögliche und es auf Herz und Nieren testen. Was kriegt man immer her? Was kommen da für Sachen raus? Lohnt sich der Style, da hinzugehen? Lohnt sich das alles? Also wie gesagt, was, wie, wo? Lohnt sich das? Was habe ich hier gemacht? Das interessiert wohl die, glaube ich, jetzt die meisten. Ich habe, ja, Nager sind es ja nicht wirklich. Es sind irgendwelche Zackenkämme. Naja, sagen wir mal, es sind Nager. Ich habe eine Stunde lang diese Zackenkämme also gefarmt. Ähm, ich habe mit 460, geh mal da weg, du blödes Vieh, ich mit 460 Gold angefangen. Ähm, ein Gold 80 habe ich in einer Stunde durchs Looten gemacht mit Reppen und so weiter. Also, Gold technisch ist das hier Grund und Boden das Letzte. Loot technisch, ähm, ich war gar nicht, also ich, am Anfang, die ersten 10, 15 Minuten, habe ich nicht ein grünes Item gekriegt und dachte nur so, ja, okay, gut, dieser Spot ist für den Arsch. Danach ging es dann langsam los, dass ich Items gekriegt habe und ich habe ein paar Items gekriegt, wo ich wirklich überlegt habe, soll ich sie behalten, soll ich sie nicht behalten, weil ich farm dieses Set, also ich farm es für mich, ich möchte es voll haben und ich habe nach super langen Farmen einfach mal irgendwo die Handschuhe jetzt hier gekriegt. Jetzt weiß ich, okay, die Handschuhe können hier droppen, ich kann sie hier also kriegen. Die Frage ist, verkaufe ich sie? Sie haben einen EU-Durchschnittswert, bei uns auf Blackrock sind sie, glaube ich, zweimal drin für 7.000 oder 8.000 Gold und sie haben einen Durchschnittswert von 3.000, 4.000 Gold. Das ist natürlich die Überlegung, nehme ich mir das Geld raus, also sage ich mir, okay, ich stelle die für 1.500 Gold ins AHA und kriege da meine 1.500 Gold raus oder benutze ich sie halt selbst. Ich könnte natürlich jederzeit hier wieder hingehen und wieder das Glück haben, dass ich sie wiederkriegen kann, um zu zeigen, was ich hier gemacht habe. Ich habe meine Statue, jetzt muss ich natürlich wieder da runter gehen, meine Statue hier vorne hingestellt und pulle damit halt die größte Anzahl an Mobs an, die hier zusammenkommen kann. Und da sie einen relativ schnellen Respawn haben, das heißt, ihr stellt euch hier hin, looted, es kommt nicht wirklich viel raus und nach 1-2 Sekunden Respawn die ganzen Mobs hier wieder und ihr könnt sie wieder töten. Das könnt ihr natürlich Ewigkeiten machen. Ich habe es eine Stunde gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ist goldtechnisch, also wenn ihr sagen wollt, oh, ich will hier zum Farm hingehen und ich will hier irgendwie mein fettes Gold dran machen, für die Leute, die, sage ich mal, unter Level 60 sind, bei denen könnte das noch irgendwie hinhauen, zu sagen, ja, okay, ihr könnt hier hingehen und könnt hier ein bisschen Gold dran machen. Ich würde den ganzen Spot wirklich dann nur sagen, hier ist reiner Style, also ihr könnt hier euch reine Style-Gear-Farm, klar, ihr könnt die Chance haben, dass ihr dieses Gear, was ihr hier kriegt, auch immer hart verkaufen könnt. Und das gar nicht zu schlechten Preisen, also das Schild ist mit 4.500 EU-Preis, Durchschnitts-EU-Preis, mittlerer EU-Preis ist bei 3.800. Also 3.800, sage ich mal, oder 3.500 kriegt ihr für dieses Schild, wenn es natürlich verkauft wird. Das ist halt die nächste Sache. Da sind da wieder, ist eine Kettenschuhe dabei mit 4.800 im mittleren Preis. Also es sind einige Sachen dabei, die, sage ich mal, einen recht coolen Style haben. Die Hose gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich habe sie zweimal gekriegt, also ich werde sie auf jeden Fall einmal mir schicken. Ich habe sie nicht. Der Gürtel dazu, ich habe den Gürtel auch nicht. Jetzt ist natürlich die Überlegung, schicke ich mir den Gürtel auch, stelle ich ihn rein. Er hat einen Durchschnittspreis von 500 bis 900 Gold. Ich glaube, ich behalte ihn. Dann ist noch eine Brust gedroppt, die an einem Panda, äh, naja, an einem Panda einfach, ja, ich weiß nicht, es sieht alles irgendwie im Grotte an einem Panda aus. Finde ich persönlich. Vor allen Dingen Helme. Aber an einem Mensch sieht das ganz lustig aus. Ich werde natürlich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier alle poste, werde ich alle verlinken. Ihr könnt euch die alle angucken. Die Brust, ähm, ja, ich habe nicht nachgeguckt, was die wert ist. Allerdings, ich werde die irgendwie, keine Ahnung, für 150 Gold oder irgendwie sowas reinstellen. Ich finde die super geil. Ich finde die mega cool. Die ist so cool. Da ist überhaupt nichts an der Brust. Und ich meine, die hat den perfekten Namen dafür. Ach, Halsabschneiderweste. Also das ist wirklich eine Halsabschneiderweste. Da ist nichts mehr dran an diesem Ding. Aber ich bin eh so ein bisschen retro veranlagt. Also ich laufe gerne ein bisschen andersrum als die meisten Menschen. Und nochmal darauf zurückzukommen, dass einfach ein, äh, ja, dass einfach der Sachen an einem Monk oder eher gesagt an einem Panda, sowas von Panne aussehen. Dieser Helm. Ich musste, ich habe mich weggepackt gestern. Dieser Helm. Dieser kleine Kopf da oben drauf. Naja, egal. Auf jeden Fall lohnt sich das Ganze hier hinzugehen. Nicht wirklich. Also Stoffe kriegt ihr hier ein paar. Die Stoffe werde ich auch alle recht schnell verkaufen. Ähm, ein bisschen Style-Mock gibt es. Ich werde es in Sahar stellen. Ich werde es für einen kleinen Preis in Sahar stellen. Und ich hoffe auch, dass ich es alles einfach los werde. Und dass ich sage, oh, kriege ich meine, meine 10.000 Gold vielleicht da dran. Es würde EU-Preis-Technisch alles hier mehr wert sein. Aber, ähm, 10.000 Gold, sage ich mal, ist für mich in Ordnung. Dann kommen natürlich noch ein paar Pläne dazu, die, ja, Style-Technisch, ähm, immer so fraglich sind. Oder sonst irgendwas, sage ich mal. Es sind halt natürlich klar Klassik-Sachen. Ähm, aber Pläne verkaufen sich halt immer noch relativ gut. Und das Ding ist halt, bei Plänen ist immer das Ding, viele Leute wollen es einfach haben. Die sagen sich einfach, oh, ich möchte diesen Plan noch haben. Und ich möchte alle Pläne können. Und ich möchte, gibt es das Achievement eigentlich noch, dass man alle Pläne, wenn man alles gelernt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Es wurde so viel rausgepatcht. Und so viel ist mittlerweile weg, dass man einfach irgendwann nicht mal durchblickt, gibt es das alles noch? Oder gibt es das nicht mehr? Ähm, Leute, im nächsten Video wird es echt interessant. Und wir sehen uns auf jeden Fall da. Ja, und SheRox, an dich, ähm, ich freue mich, wenn du da mitmachen wirst und wenn du ein paar Videos rausbringst, Stunde fahren und wie, wo, was, lohnt sich das. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao.